Guten Morgen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meiner kleinen Spin'n'Go-Serie Freespins One Dog Und ab geht's Jetzt kriegen wir Schippen in die erste Hand, vielleicht kriegen wir einen Dog Roll Leider nicht Jack Sachs gefällt mir doch gut Ah, man hat geglafft Gleich die Asse hinterher Ach, wenn wir einen Call brauchen, kriegen wir keinen Unglaublich Ähm, wir machen hier den Flasch mit dem Vira Da ist doch Oh Sehr schön hoffnung 20, 330 left, dann geht's auf Auf Move River geht's dann hoffentlich rein Sehr schön Ähm, Straytraw Ach, S7 Strayt an Mach mal S7 Ah Und dann hochgereicht. Oh, das sieht nach Falle aus. Mit dem Straight-Raw kreien wir hier. Und leider nicht. Wir kreien nochmal. Flashtor. Gute getroffen. Jetzt geht's rein. King-9. Nice. Schön, 1 gewonnen. Pocket-Mailer. King-9 gegen King-9. Schade. Okay. So, wir können ja 1 aufmachen. Slime. Ah, fliege damit. K-P-S-C-A-R Das ist 10, das ist ein Chip. Sehr schön. Wunderbar. Endlich läuft mal was zusammen. Oh, das ist großartig. Oh nein, könnte reichen, ja, naja, verpennt. Gute Arme. Schönes Auflauf für uns. Und da ist die Fall. Check. Warte. 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 ... ... ... ... ... ... Ja, genau. Jetzt fängt schon wieder an. 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 Ich habe einfach kein gutes Timing. Jetzt fängt schon wieder an. Jetzt fängt schon wieder an. Gut. Jetzt fängt schon wieder an. 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 Jetzt fängt schon an. Ich fängt noch an. Ich fängt schon an. Wenn wir in die Flaschenippen ein. Ach. Gut. So, jetzt machen wir den noch platt. Und dann haben wir endlich mal wieder ein deutliches Plus. Drei bitte. Schade. King High ist genug. Wunderbar. 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 Entweder hat er ständig Hände oder er ist einfach aggressiv. Ja, ich denke er ist aggressiv. Warten wir einfach auf unsere Gelegenheit. Wunderbar. Wenn man halt keine Hände kriegt. Crowder. Oh, wunderbar. Wunderbar. Und jetzt, wunderschönt. Wunderbar. 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 das war's schon. So, 63. Mal ein kleines Plus gemacht. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.